Adelaide, was ist da? Was ist da? Wo ist der Ben? Der Ben hat Angst. Ben sitzt unterm Tisch. Der hört eine Sirene. Ben braucht keine Angst haben. Ben braucht keine Angst haben. Guck mal, geh mal zur Adelaide. Ah, hier Adelaide. 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 Ach, armer Ben hat Angst. Guck mal, Ben, hier. Leckerchen. Ui, guck mal hier. Ben braucht keine Angst haben. Nein. Hör mal, die Sirene da. Die ist aber weit weg. Die ist weit weg. Ist da, Ben? Adelaide, komm mal her.